Ja, dann sage ich, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres TSV 1860 München Karrieremodus Let's Plays hier auf FIFA 21. Wir haben heute, ja, ein ernstes Wörtchen miteinander zu sprechen, denn ich melde mich hier nicht etwa live aus dem Spiel, sondern es ist jetzt sozusagen ein Post-Game-Commentary, das heißt, ich habe sozusagen alle Videoaufnahmen schon gemacht vom Let's Play und melde mich jetzt aus dem Schnitt, denn eigentlich wollte ich drei Folgen im Voraus aufnehmen, und werde die jetzt zusammen zu einer Folge fassen, denn es gibt eine Problematik, die ich ansprechen möchte und wo ich unbedingt eure Meinung zu brauche, denn das wird bestimmen, wie dieses Let's Play weitergeführt werden wird. Folgendes ist passiert, wir haben drei Spiele, die wir jetzt gleich reinschneiden werden, es gibt auch noch zwei Transfers, das sind auf jeden Fall die positiven Nachrichten, diese Transfers, da werden wir auch noch gleich zu kommen. Ne, wir haben sogar drei Transfers, also drei neue Spieler verpflichtet, und es geht aber im Wesentlichen darum, da lasse ich jetzt gleich zu Beginn die Katze aus dem Sack, dass wir irgendwas an der Spielschwierigkeit ändern müssen. Ihr habt es vielleicht schon in den ersten Folgen bemerkt, defensiv bekomme ich einfach keinen Zugriff. Und das ist jetzt nicht ganz schlimm unrealistisch, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, in keinem Spiel kein Gegentor zu kassieren. Aber ich habe wirklich, vor allem jetzt in den vergangenen Partien, sehr deutlich gemerkt, das liegt nicht nur an Fehlern, die ich mache beim Steuern, sondern das liegt auch wirklich einfach daran, dass die KI, dass die Künstliche Intelligenz auf dem Schwierigkeitsmodus Legende in gewissen Situationen einfach nicht zu verteidigen ist. Wir werden das in den Spielen, die ich jetzt gleich reinschneide, auf jeden Fall noch bemerken. Und in allererster Linie möchte ich von euch wissen, und ich brauche da wirklich euren Input, denn ich möchte das so jetzt weitermachen, dass möglichst viele Leute Freude dran haben. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch sagen, was ich machen würde, wenn ich den Karrieremodus einfach für mich selber zocken würde. Da würde ich jetzt die Zähne zusammenbeißen und sagen, gut, da nehme ich jetzt halt einfach eine extrem schlechte Saison mit, versuche so gut es geht, mich einfach mit der anderen neuen KI anzupassen und werde dann jetzt halt in Kauf nehmen, dass ich vielleicht die nächsten 20 Spiele nicht viele davon gewinne und halt einfach im Abstiegskampf stecke. Ich weiß aber, dass das vielen von euch vielleicht keine Freude machen würde und es ja auch nicht wirklich viel mit Realismus zu tun hat, dass die Löwen dann in den Abstiegskampf in der 3. Liga geraten. Da ist ja eher Aufstiegskampf gerade angesagt. Das wäre die eine Variante, dass wir sagen, okay, Zähne zusammenbeißen, wir lassen alles so, wie es ist. Ich nehme hin, dass ich in jedem Spiel mindestens zwei, wenn nicht gar drei oder vier Tore kassiere und versuche, einfach so gut es geht, trotzdem Punkte zu sammeln und irgendwie mich an diese Schwierigkeit zu gewöhnen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass wir auf Weltklasse runterstellen, Schwierigkeitsmodus, und dann werde ich wahrscheinlich, das ist meine Hoffnung, etwas realistischere Ergebnisse einfahren können, vielleicht auch mal zu Null spielen und würde dann sozusagen, sollten wir irgendwann in die 2. Liga aufsteigen, dann wieder auf Legende hochschalten. Dann halte ich es nämlich auch für realistisch, dass wir wirklich große Schwierigkeiten haben defensiv. Aber jetzt gerade in der 3. Liga, ja, ich glaube, da kommen viele ganz eigenartige Spieler heraus. Ihr werdet es auch gleich sehen. Vielleicht kann man auch noch irgendwas an den Reglern tun. Es gibt auch noch die dritte Möglichkeit, dass ich einfach nur noch die Spiele simuliere, diese neuen Match-Simulationsmodus. Das wäre auch noch eine Option. Aber ja, da warte ich jetzt einfach mal auf euren Input. Ich hoffe, dass es da irgendwie eine klare Meinung zu gibt. Also ich denke mal, wahrscheinlich wird es entweder auf Schwierigkeitsgrad um eine Stufe runterstellen oder so lassen und halt die schlechten Ergebnisse in Kauf nehmen und versuchen, sich daran zu gewöhnen. Das sind so die zwei Sachen und da bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Ich brauche euren Input dazu. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch, was passiert ist in dieser Aufnahmesession. Also, zuallererst konnten wir einen Neuzugang begrüßen. Da war ich noch der Meinung, okay gut, vielleicht liegt unsere defensive Schwäche einfach daran, dass wir in der Verteidigung stärkere Spieler brauchen und habe dann doch noch Nemanja Mitrovic geholt. Der hatte ja keinen Vertrag, beziehungsweise war halt einfach ein freier Spieler. Dem habe ich einen Vertrag angeboten, hat zwar ein bisschen Geld gekostet, aber ist ein starker Innenverteidiger, ich glaube 67er Gesamtbewertung. Das ist auf jeden Fall jemand, der sofort bei uns Stamm spielen wird. Mit diesem Neuzugang habe ich mich dann sofort in die Partie gegen Magdeburg gestürzt und einmal mehr das ganz klassische Drehbuch. Und auch das nervt mich so ein bisschen, dass es im Grunde genommen ganz häufig immer wieder das gleiche Spiel ist. Nämlich in Magdeburg, wir kassieren das 0 zu 1, wir kassieren das 0 zu 2. Ich schalte um auf Offensive, wir machen zwei Tore. Ich habe Kurzhoffnung, dass eventuell noch ein drittes fallen könnte für uns, passiert aber nicht. Mölders und Pusic retten uns sozusagen dieses Spiel, retten uns da vor der Niederlage. Aber die Niederlage, die wird dann im nächsten Spiel kommen. Wir versuchen es aber erst nochmal bei Darferner und André Becker. Das sind zwei großgewachsene Stürmer, ich glaube so im niedrigen 60er-Bereich. Ich habe geguckt, ob man die vielleicht extrem billig bekommen könnte. Aber beide Vereine wollten so jeweils, ich glaube sowohl Jan Regensburg als auch Dynamo Dresden, wollten irgendwo Richtung 800.000, eher Richtung Millionenmarke. Und das war mir dann einfach zu teuer. Ohne Neuzugänge ging es dann ins Spiel gegen den hallischen FC. Und ja, Halle geht 1-0 in Führung, machen das 1-1 glaube ich, ich glaube so war es. Und dann schneide ich euch jetzt vor allem mal das zweite Tor rein, wo im Grunde genommen offenbar wird, dass es einfach Situationen gibt, die nicht zu verteidigen sind. Das ist wahnsinnig schnell gespielt von der Computer-KI. Auch, ja, ich finde das hat mit Drittliga-Fußball nicht so viel zu tun. Das sieht halt aus wie Barcelona zu seinen besten Zeiten und keine Chance, das zu verteidigen. Und so verlieren wir dann mit 2-1 gegen Halle. Dann haben wir noch das Spielchen gegen Viktoria Köln, da kommen wir aber gleich zu. Denn davor haben wir zwei große Transfers und zwei richtige Schnäppchen, wie ich sagen würde. Und das hat mich richtig gefreut, dass wir die bekommen haben. Zum einen Lion Lauberbach für 760.000 Euro. Das ist richtig günstig, wenn man bedenkt, dass der eigentlich, glaube ich, einen Wert von 1,2 Millionen hat. Ist ein groß gewachsener Stürmer, der auch auf der Außenbahn unterwegs sein kann. 22 Jahre jung, da ist noch eine Menge Entwicklungspotenzial da. Und ja, insgesamt ein guter Stürmer und endlich der Stürmer, den wir sozusagen im Windschatten von Sascha Möll, das dann aufbauen können, damit er dann in den nächsten Jahren eine neue Ära bei 1860 München prägen kann. Und ein weiterer Neuzugang, vielleicht eher so ein Ergänzungsspieler, wobei wir schauen müssen, wie er sich entwickelt. Das ist nämlich Marcel Kostli, den wir von Waldhof Mannheim loseisen können. Wir mussten dafür Niklas Lang, ich glaube einen 58 bewerteten Innenverteidiger und 470.000 Euro abdrücken. Das ist beides mehr als verschmerzbar für einen jungen, talentierten Mann. Ich glaube 64er Gesamtbewertung, hat ordentlich an Tempo und Dribbelstärke, die er mitbringt für die Außenbahnen. Und da kann er mal Dampf machen, kann ich glaube ich auch auf beiden Außenbahnen theoretisch spielen. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung. Beide Verstärkungen nehmen wir aber erstmal auf der Bank Platz für das Spiel gegen Viktoria Köln, wo wir einmal mehr das ganz, ganz klassische Drehbuch haben. Wir fressen zwei Gegentore, davor verteidigen wir gut, dann kommen halt eben zwei Szenen, in denen wir keine Chance haben, die Dinger zu verteidigen. Liegen 0 zu 2 hinten, wir schaffen es dann nochmal auf 1 zu 2 und 2 zu 2 ranzukommen. Dann ist sogar noch ein bisschen Zeit, ich glaube irgendwann Anfang der 70. Minute oder so schaffen wir den Ausgleich. Und dann denke ich mir, ja geil, vielleicht geht ja jetzt nochmal was, vielleicht können wir jetzt endlich mal auf den Siegtreffer gehen. Und von dem Moment an habe ich im Grunde genommen keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Ich komme nicht im Ansatz in die Nähe von Viktoria Köln. Viktoria Köln schaltet auf einmal wieder in den Barcelona-Modus. Die legendäre KI lässt mir aber sowas von überhaupt gar keine Chance mehr. Ich komme überhaupt nicht in die Nähe des Balls. Sie schieben sich da die Bälle zu. Keine Chance auf Zugriff. Ich glaube, ich werde da auch etwas mehr von diesem Spiel jetzt gerade reinschneiden. Und ja, so steht es dann am Ende. 4 zu 2 für Viktoria Köln. Ich konnte mich auf den Kopf stellen. Ich habe keine Chance gehabt. Ich habe alles gegeben. Keine Chance. Und das war dann so der letzte Auslöser, dass ich sage, ja okay gut, also wenn ich das so weitermache, wenn ich auf dem Schwierigkeitsmodus weiterspiele, dann werden halt einfach viele, viele unbefriedigende Ergebnisse reinkommen. Viele Ergebnisse, die so in der Realität nicht passieren würden. Viele Spielzüge der gegnerischen Mannschaften, die in der Realität so nicht passieren würden. Und alles in allem würde das ergebnistechnisch dann eher eine frustrierendere Saison werden. Und das war dann sozusagen der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay gut, das kann ich hier jetzt nicht einfach als reguläre Folgen hochladen. Das mache ich jetzt hier alles in einem Aufwasch. Und vor allem verbunden mit der Frage, was sollen wir tun? Was ist eure Meinung? Was würdet ihr am liebsten sehen? Wollt ihr mich leiden sehen und mich durch diese dritte Liga durchquälen sehen? Dass ich versuche da irgendwie mich reinzuarbeiten? Oder ja, soll ich eine Stufe runterschalten? Ich hoffe, dass euch diese Folge, jetzt sind wir nämlich fertig sozusagen, das war jetzt im Eilverfahren durchgegangen, Ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem halbwegs gefallen hat. Ich denke, die Neuzugänge, die machen noch ein bisschen Hoffnung. Laien Lauberbach und Marcel Kostli sind auf jeden Fall zwei gute Jungs und der Nemanja Mitrovic eigentlich auch. Und ja, ich werde jetzt vielleicht auch erstmal warten, bis da ein bisschen Feedback von euch gekommen ist, was ihr dazu denkt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem weiter Freude an der Serie habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich natürlich sehr. Und auf jeden Fall viel wichtiger, ein Kommentar mit eurer Meinung. Wenn ihr vielleicht auch irgendwie einen Kommentar in den Kommentaren seht, der eure Meinung widerspiegelt. Einfach den Kommentar liken, wenn ihr nicht selber einen Kommentar schreiben wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald zur nächsten Folge mit einer Antwort auf meine Frage wiedersehen. Bis dahin, ciao, haut rein.